es ist sehr gut da ist unsere steinakt kaputt gegangen die bücherlich auch da mal rein ganz kurz an die daher ist ja auch ja Okay, ähm, die Zahne machen im Zweiergang. So, dann machen wir die weg, die Fackel und dann machen wir die da hin. Ich vermontiert die Platte, schmeckt grad egal. Ich mag mein Reelsystem. Und ich will ja nicht alles vollmüllen, das ist das große Problem an der Sache. So, dann machen wir hier, hier. Andesid, Granit. So. Kohle, 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 da ist Kohle. Also, ich suche mir auf jeden Fall ein Schreibprogramm bei den großen, bei Steam. Ich finde Steam echt gut. Nämlich, äh, ich kann hier einfach unter Shop, dann unter Software und dann auf Videoproduktion. Eigentlich, Software, Videoproduktion. Da ist nämlich, ähm, es geht gleich weiter. Ähm, nein, zurück. Top. Ne, da gibt's Cam Casey zum Beispiel. Sony Vegas für 50 Euro. Ich pack das mal in den Warenkorb. Ich glaube, das hole ich mir. Sobald ich, ähm, 50 Euro hab. Ich möchte, äh, gerne eine PS4. Zusammen mit meinem Bruder, äh, kaufe ich die PS4 dann. Weil wir da so ein Deal am Laufen haben. Und, da ich ja, der Last of Us ja so mag, hab ich quasi heute, wo ich jetzt gerade am aufnehmen bin, quasi, also heute, nicht direkt nach der Aufnahme, äh, nach dem Stream, wo ich jetzt aufnehme, schon ein paar Stündchen her, hab ich, ähm, der Last of Us angefangen. Und, da hab ich angefangen zu spielen im Stream. Aber nur Sonntag. Das kommt nur Sonntag. Das kommt nur Sonntag. Da hab ich mir hier unser Spawn Point und unser Bett. Und das Schöne dran ist. Ähm. Okay. Das dauert. Das dauert. Und halt. Ich werd mir jetzt nie, nicht mehr den Mut nehmen lassen, ähm, ähm, ich werd mir nicht mehr den Mut nehmen lassen, von Zahlen und von Aufrufen oder so. Mir ist es scheißegal. Also das, das möchte ich ganz kurz sagen. Mir ist es egal, ob Aufruf wurde oder nicht. Ich hab ja damals ja auch nur auf Spaß die Videos produziert. Und das möchte ich weiterhin Spaß drin haben. Ja. Mir ist halt Discord irgendwie tot machen. Also nicht tot, sondern hier, ähm, wenn ich es nicht brauch, auf Stumm schalten. Nee, das hört man total in der Aufnahme, wenn es einfach so blub, 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 blub. Ich glaub das, doch. Jetzt haben wir einen Vierer Gang durchgemacht. Aber wir machen einen Vierer Gang durch. Und ja, halt aus dem Grund ist es mir grad scheißegal. Ich mach das aus Spaß. Ich mach das auch aus, weil ich gern zeigen möchte, wie ich das spiel. Und ich möchte gern Content bringen für Leute, so wie ich. Ich hab hier quasi, das kann ich ja jetzt schon sagen, ich hab hier eine, ähm, Behinderung im Kopf. Deswegen muss man es mir nachsehen, falls ich etwas vergessen habe. Ähm, ich vergiss so viel. Ist so, ich vergiss wirklich so viel. Einfach nur furchtbar. Übrigens, die Aufnahme ist 9,4, also 9 GB schon groß. Also ich mach auf jeden Fall die Platte, wo ich mir unten geholt hab. Die verstecke ich hier hinten. Die mach ich blatt. Nenn ich sie Konintrick-Dackle-Video-Einordner mit Aufnahme. Dann geht's da unter Ordner. Minecraft. Und die entsprechenden Spiele, wo noch dazukommen. Nur die wären... Wahrscheinlich nehm ich nachher nur ne Runde was anderes auf. Hab ich nur was? Ich hab nur zwei Apfel. Und dadurch, dass ich dieses Programm halt mag, hole ich mir dann Sony Vegas Studios. Ich muss jetzt einfach konsequent bleiben und sagen, ich spare erstmal für die PS Pro und dann ein bescheiniges Spiel, was ich dann auf jeden Fall bringen möchte. Ist der Last of Us, aber auf der PS4. Möchtest gern. Auf der PS4 ist es nicht leicht für mich so was zu machen. Also für mich ist es halt schwer. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte gerne PS4 kaufen. Aber da warte ich lieber bis 2000 irgendwas. Und dann hole ich es mir. Wir haben uns darauf geeinigt, dass jeder von uns die Hälfte an der PS4 zahlt. Also 25 Euro. Also 225 Euro. Jeder. Und das dauert halt. Für mich dauert... Nächste Woche... Also nächste Woche habe ich den ersten Teil von. Dann fehlt noch 200 Euro. So... 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 So umgerechnet fehlt mir das dann noch. Übrigens 2 und hier haben wir noch 3. Ist egal. Wenn man 2 macht, muss ich die Wand nach da verschieben. So... 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 So kann ich das... verraten... Ich glaube das war mit Salz, oder? Rüß mal meine Axt, meine Kampf Axt aus. Salz. Verrottetes Fleisch. da war ist die axfurt jetzt da war Okay. vegan veganer fleisch mit eiserne pizza schweinefleisch nein spaghetti rohes gekochtes rohes heim alter das suche ich nicht ich suche was anderes zwei ich ignoriert ist da einfach mal aber solange das ist nacht ist kann man immer schlafen ja wo macht man denn unser schlafzimmer rei nicht der zahlen dass man ja 2 ich nehme an das sieht 1 2 3 ich bin gespannt wie es mit empfanden es wird ich bin gespannt Alter, es ist so viel Mordsinn einfach drin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, wir gehen noch einmal rein, 4, ja, jetzt haben wir 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ach scheiße, 4. Das Schlafzimmer muss nicht so groß sein, deswegen macht sie nur 4er breit. Da es schön symmetrisch aussehen muss. Ich weiß, irgendwie mit Salz ging es. Aber was wir Salz brauchen, das weiß ich nicht. Doch, zum Rezepte herstellen. 4. Ganz ehrlich, das lassen wir so. Das gefällt mir gerade so. Hier kommt unser Gang übrigens hoch. Ich lasse es da auf. Ich mache es ganz sicherlich nicht zu. So. Was war ich? Ich wollte Türen machen. Türen, Türen. Türen, 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 Türen. Zack, zack. Machen wir hier ein paar Fickelchen rein. Und die, die sagen, natürlich die erste Aufgabe hier, das das Zimmer mal so weit fertig machen, dass da unser Bett reinkommt, dass wir in der nächsten Nacht schon mal in dem Zimmer schlafen können. So. So. Irgendwann haben wir genug Brot. Aber am Anfang ist es halt erst mal Unterschlupf bauen, Bett bauen und darauf warten, dass wir Essen haben. Wir werden hier noch oft sterben. Wir werden hier noch oft sterben. Aber sobald wir richtiges, richtiges, viel Brot haben. Ich weiß, dass wir hier Zeit nie zusammen raus. Sie habe noch dazu erwartete durch das